hallo ja hier ist erster advent 2. dezember in diesem jahr und ihr seht passendes wetter ich mache jetzt hier mein auto frei und dann geht es los also schönen dezember noch für euch bis dann tschau tschau na ich glaube es ist winter und ich stehe im wald jahren diese Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020